Die Legende meldet sich live von meiner kleinen bescheidenen Finca. Wichtige Nachricht, der Producer schlägt wieder zu. Zwölf Producer, eine Webseite soll es geben, aber Warnung, 1. April soll es losgehen. Also kann eigentlich nur ein April-Scherz sein, weil warum soll der noch was anders machen? Hat er genug zu tun oder hat er nicht? Schaut es rein, 1. April, 12 Producer, ich schaue auf jeden Fall rein. Schaut ja nichts, Prost. Untertitelung des ZDF, 2020